die dosierung macht das gift freunde wie sieht es aus das thema zwangsoptimierung zwangsoptimierung spannendes thema denn ich lerne immer mehr menschen kennen die in einer zwangshandlung stecken die sich zwanghaft versuchen in allen bereichen zu optimieren warum weil man sonst kein wertvoller mensch ist weil man sonst kein erfolg hat wenn man sonst nicht in der liga mitspielt in der liga wo man spielen möchte hallo und herzlich willkommen bei andreas trinbacher deinem performance coach so freunde heute gibt es wieder was was ich mir oder was ich mir schon lange gedanken gemacht habe aber irgendwie noch nie so richtig zu pötte kam ich musste erst mal die ganzen informationen sortieren ihr wisst ihr habt eine ausbildung als mentaltrainer motivationstrainer und kognitiver coach und da ist es wichtig dass es in meinem falle bei den personen die ich betreue nicht zu einer überforderung kommt nicht zu einer überlastung kommt und was ich feststelle ist dass ich immer wieder kontakt habe zu menschen die mich dann kennenlernen und ich sage andreas ich will unbedingt erfolgreicher werden im business ich will unbedingt im sport erfolgreicher werden ich muss unbedingt viel besser schlafen ich muss unbedingt eine höhere stress als lebens haben ich brauche in der kommunikation verbesserung ich brauche im sozialleben eine optimierung und in mein privatleben mit meinem frau und meinen kindern und so weiter also echt ein krasses paket was ich dann wieder raus höre ist dass viele menschen sich überfordert fühlen weil sie viel zu viele dinge gleichzeitig versuchen zu verändern das ist die große herausforderung optimierungen sind super dafür zu sorgen damit man die beste version seiner selbst bleibt ist wirklich eine gute idee das problem liegt darin das richtig dosieren eins nach dem anderen zu überlegen mit was fange ich denn eigentlich am besten an und da würde ich sagen was da wichtig ist da bin ich mir auch zu 100 prozent sicher dass genau man so strategisch vorgehen sollte sich erstens mal überlegen was belastet mich am meisten punkt nummer eins was stört mich am meistens über was denke ich am meisten nach punkt nummer zwei was bringt mir am schnellsten am meisten so dass ich motiviert bleibe und deswegen gehe ich in meinem coaching immer her und höre mir erst mal an wo ist der höchste bedarf und mit welcher strategie erreichen wir schnell einen gewinn schnell einen vorteil der dann wiederum dafür sorgt dass der coach dass der kunde einen erfolg fahrt denn nur wenn wir erfolge feiern sind wir zufrieden wenn wir zufrieden sind sind wir motiviert wenn wir motiviert sind bleiben wir am ball und genau das ist immer die große herausforderung und es gibt einen grund warum viele menschen sich so selbst optimieren wollen leider führt das aber irgendwann einmal zu zwangsoptimierung zu zwangshandlungen und das liegt darin dass natürlich jeder erfolgreich sein möchte und dass viele menschen sich auch auf plattformen begeben wo die plattform dazu auffordert sich zu vergleichen und wenn menschen ticken halt so dass wir uns grundsätzlich mit den menschen vergleichen die natürlich viel besser sind wie wir und die gewisse attribute haben die wir nicht haben und dann fällt der vergleich natürlich immer bescheiden aus genau darauf beruht natürlich auch das motivationsmodell dieser plattform deswegen gilt es für alle da draußen auf solchen plattformen aktiv sind sei es facebook sei es instagram sei es linkedin das ist völlig egal auch youtube ja wir sollten dafür sorgen dass wir eine bessere version werden unser selbst wir sollten dafür sorgen dass wir uns optimieren nur wir brauchen einen ganz klaren strategischen plan wir vorgehen und deswegen habe ich folgendes highlight also folgende priorität die meisten die zu mir kommen haben ein gewichtsproblem und haben in der regel auch ein schlafproblem also zwei faktoren jetzt käme noch dazu die wenigsten machen sport und die allerwenigsten beschäftigen sich mit einem gesunden stress management das sind auch die vier punkte die ich bespiele und das ist die frage wie fangen wir strategisch am besten an gut reinhören in dich selbst frag dich selbst über was denkst du am meisten nach welchen gedanken hast du am häufigsten hast du sehr häufig gedanken dieses verdammte übergewicht nervt mich dieser verdammtige bauch geht mir auf den Punkt 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 ich fühle mich nicht mehr wohl wenn ich treppen hoch gehe geht mir das nicht gut der spiegel mag mich nicht mehr wenn das die häufigsten gedankengänge sind dann hast du hier deine Prioritätsliste Punkt 1 sorge dich um dein Gewicht so nächster Punkt stört dich dass du ständig müde bist stört es dich dass du ständig ausgebaut bist keine Leistung bringst und du siehst hey ich schlafe nur sechs sechseinhalb maximal sieben Stunden ich müsste ein wenig mehr schlafen beschäftigt dich dieser Gedanke sehr oft dann hast du auf deiner Prioritätsliste Punkt 2 oder auch Punkt 1 je nachdem was überwiegt und so ist es wichtig erstmal herauszufinden was tut mir am meisten weh wo sind denn meine pain points was ist mein pain point und dann machst du eine Prioritätsliste Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 und dann entscheidest du anhand der Prioritätsliste mit was fange ich an wie investiere ich im allerbesten und wenn es die Ernährung ist dann fängst du mit der Ernährung an und dann wird es so sein wenn das dein pain point ist und du erreichst dann innerhalb von 4 Wochen 5, 6 Kilo manche sogar 7 Kilo ganz schwergewichtig sogar 8 Kilo dann denkst du wow cool fühlt sich gut an was bist du du bist in diesem Moment automatisch motiviert logischerweise und machst weiter so du bist 6, 8 Wochen bei der Ernährung voll im Flow läuft du musst nicht mehr darüber nachdenken du hast aus einer neuen Gewohnheit eine Routine gemacht eine Routine über die du nicht mehr nachdenken musst du weißt ganz klar was du essen musst du weißt wann du essen musst du kennst deine Mengen das ist eine Routine du brauchst dafür nicht mehr viel Energie dann schlägst du die zweite Baustelle auf und guckst mal rein oh je der Schlaf der Schlaf der raubt mir unglaublich viel Energie ich bin ständig ausgepowert also gehe ich jetzt strategisch du vor und fange an den Schlaf zu planen ein gesundes Schlafmanagement zu haben ganz klar festzulegen wann gehe ich denn überhaupt ins Bett damit ich überhaupt meine 7,5 bis 8 Uhr Schlaf bekomme ah ja ok ab sofort gehe ich um 10 Uhr ins Bett was muss ich dafür tun dass ich gut schlafen kann ok Schlafvorbereitung Entspannungstechniken das Schlafzimmer entsprechend aufbereiten alle Faktoren die meinen Schlaf rauben eliminieren und dann arbeitest du an deinem Schlaf vier, sechs Wochen und irgendwann musst du keine Entscheidung mehr treffen du gehst ganz klar um 21.50 Uhr im Bett damit du um 22 Uhr schlafen kannst du hast eine tolle Schlafvorbereitung du hast ein Schlafzimmer toll gemacht alles passt vier, sechs Wochen du hast eine Routine du hast aus einer neuen Gewohnheit eine Routine gemacht die dich keine Energie mehr kostet so jetzt geh auf die Prioritätsliste guck nach Punkt Nummer 3 Punkt Nummer 3 ist die fählende Bewegung alles klar ab sofort überlege ich mir welchen Sport mache ich also was mache ich an Sport wo mache ich den Sport was brauche ich dafür alles klar leg los in der ersten Woche vielleicht zwei Trainingseinheiten eine halbe Stunde in der zweiten Woche in der zweiten Woche in der dritten Training eine halbe Stunde und dann steigert man es langsam und nach vier, sechs Wochen vielleicht nach acht Wochen hast du aus einer neuen Gewohnheit eine gesunde Routine gemacht du musst nicht mehr darüber nachdenken du brauchst keine Energie mehr zack und so geht man Step by Step vor ich erlebe es immer wieder die kommen zu mir Andreas ab sofort lese ich in der Woche zwei Bücher ab sofort gehe ich abends frühzeitig ins Bett ab sofort mache ich noch eine Weiterbildung zum Thema Rhetorik ab sofort mache ich noch eine Weiterbildung zum Thema Verkaufen ab sofort mache ich noch eine Weiterbildung zum Thema Punkt 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 dann kaufe ich mir eine Uhr dann kaufe ich mir einen Ring zum allem möglichen Wacken Freunde das führt zu Überlastung und das funktioniert denn dann wird irgendwann man sich selbst in den Stecker ziehen wenn man erschöpft ist zusätzlich gibt es noch ein Phänomen das ist das Menschen dann im Sport alles gut machen haben eine gute Routine dann kommt die Ernährung dazu passt auch der Schlafwasser Stressmanagement ja aber jetzt wird es ja langweilig dann vergleichen sie sich wieder ok jetzt kaufe ich mir noch eine Uhr die ganz genau meinen Biorhythmus trackt die ganz genau meinen Herzrhythmus trackt die ganz genau meine Schulter trackt also mache ich das noch das noch und das noch ok ein viertel Jahr später hm hm ich habe da wieder was gesehen hey der hat da zu Hause so eine Kuppel wo er sich reinlegt wo er Sauerstoff kriegt mache ich auch noch brauche ich unbedingt und somit führt das diese Optimierungsmaßnahmen die grundsätzlich gut sind zu Zwangsoptimierung und Zwangshandlungen und sobald du eine Zwangshandlung ausführst ist das dauerhaft nicht befriedigend weil du wirst niemals zufrieden sein sondern ständig unzufrieden sein und diese Unzufriedenheit die führt dazu dass du wieder einen Faktor verstärkst den du eigentlich in den Griff bekommen wolltest zum Beispiel gesundes Stressmanagement gesunder Schlaf denn wenn du in der Zwangsoptimierung bist dann hast du oft auch ein schlechtes Gewissen du vergleichst dich der kann das der macht das ich mache es nicht und dann führt es dazu dass du viele Dinge versuchst zu optimieren die dich dann aber auch völlig überfordern wenn du da noch her gehst und du vergleichst dich zum Beispiel noch mit Person XY die das schon 10 Jahre macht der hat seinen Schlaf im Griff der hat seinen Ernährung im Griff der hat seinen Sport im Griff der hat seinen Weiterbildungsmaßnahmen im Griff der hat alles im Griff und du denkst boah und ich und ich ich schaffe es nicht dann hast du das Problem dass du ständig ständig was nachrennst das führt dazu zur Überforderung das führt zur inneren Unruhe und dann hast du genau das geschafft was du nicht schaffen wolltest du optimierst dich nämlich nicht mehr du drehst das Ganze so Freunde das ist ein super spannendes Thema das ich euch heute mit diesem Video und Podcast näher bringen wollte dass ihr euch da bitte Gedanken drüber macht also achtet darauf dass ihr diese Prioritätsliste macht dass ihr erstmal guckt wo ist euer größter Pain Point arbeitet am größten Pain Point arbeiten ab und immer dann wenn ihr aus einer neuen Gewohnheit die euch noch viel Energie kostet eine Routine gemacht hat die energetisch arm ist dass ihr nicht mehr darüber nachdenken müsst dann kommt der nächste Step und dann schaut einmal fühlt einmal rein das Paket ist das Paket jetzt groß genug muss ich jetzt noch zusätzlich was dazu nehmen oder bin ich schon optimal bin ich schon sehr gut optimiert kann ich jetzt einfach auch mal vier sechs acht Wochen dreimal Ruhe geben und es genießen was ich gemacht habe dankbar sein kann dafür auch mich selbst mal loben so das wäre mein strategischer Vorschlag für dich und jetzt ist natürlich meine Frage was sagst du dazu Nummer eins und Nummer zwei ich habe eine Handlungsanweisung für dich ja denn wenn du dir ein Video jetzt wieder anguckst und du schaust sie nur an damit du Informationen konsumierst du hast aber keine Handlungsanweisung sorry dann hast du gerade Zeit und zwar sinnlose Zeit deines Lebens vergeudet so das erste was du jetzt machst nimm dir ein Blatt Papier einen Block und trag dir genau das ein bin ich dabei mich zwangs zu optimieren fühle ich mich dadurch überfordert und wenn ich noch nicht in der Optimierung bin oder gerade drin bin das zu überdenken was ich tun kann wie gehe ich strategisch vor ok ich mache mir eine Prä- und Testliste fang an schreib es auf schreib es Punkt für Punkt auf das was du jetzt gehört hast wenn du das nicht schriftlich umsetzt wenn du einfach ausschaltest und nicht in die Umsetzung kommst und zwar in die schriftliche Umsetzung handschriftlich bitte nicht maschinell dann wirst du am Ende des Tages nichts dafür tun dann hast du deine Zeit vergeudet und ich habe von diesem Video nichts denn du bist nicht in die Umsetzung gekommen das wäre mein Tipp also komm in die Umsetzung deine Handlungsanweisung ist nimm einen Block hol dir ein schönes Buch trag dir ganz genau ein was du jetzt gehört hast erarbeite deine Prioritätsliste achte auf deine Pain Points setze sie um und dann wirst du Step für Step dich in die richtige Richtung bewegen mit der richtigen Dosierung und genau das ist jetzt deine Aufgabe und wenn du jetzt aber sagst Andreas weißt du was ich könnte mir vorstellen wie schön das ist wenn ich an der Hand genommen werde und werde geführt zu diesem Thema zumindest eine gewisse Zeit lang an der Hand genommen geführt dass ich ganz genau weiß was soll ich tun weil ich kenne mich selber ich kenne mich selber ganz genau ich werde jetzt nicht noch ständig Videos angucken zu diesem Thema weil ich gar keine Zeit dazu habe sondern ich möchte in die Umsetzung kommen brauche aber einen Profi an meiner Seite der für mich ganz klar entscheidet was zu tun ist und was zu lassen ist wie sieht es aus wie kommen wir zwei zusammen das ist relativ einfach und zwar du findest in den Shownotes findest du meine Adresse und zwar andreas-drienbacher.com da kannst du dir deinen Wunschtermin vereinbaren dann hast du ein Erstgespräch immer mit einem meiner Mitarbeiter der erklärt erstmal ab in wie weit deine Wünsche von mir erfüllt werden können und wenn wir dann ein Match haben dann haben wir nach dem Gespräch mit meinen Mitarbeiter haben wir beide ein Strategiegespräch dann erkläre ich dir ganz genau wie du strategisch am besten vorgehst um an dein Ziel zu kommen that's the work so kann man es machen und jetzt bist du dran wenn du jetzt die Idee hast auf was willst du noch warten auf wie lange bist du noch überlegen du weißt ganz genau du hast da Bedarf auf was wartest du es ist ein unverbindliches Gespräch und schon allein in diesem Gespräch liefere ich dir wahrscheinlich schon so viel Information dass du sagst wow great und dann beginnt die körperliche und vor allem die mentale Transformation wir machen Version 2.0 draus aber nicht mit Zwangshandlungen nicht mit Zwangsoptimierung sondern so entspannt dass du deinen Weg gehen kannst ohne dir dabei selbst zu schädigen denn das ist meine Aufgabe meine Aufgabe ist es für dich so zu dosieren dass du an dein Ziel ankommst dass du nicht überfordert bist und dass wir deine Verfassung verbessern und nicht verschlechtern genau das ist das was ich immer wieder höre dass Menschen da draußen Dinge buchen die zu einer völligen Überforderung führen die da bei mir kommen und sagen Andreas ich kann nicht mehr Andreas ich bin fix und fertig ich bin völlig überfordert ich kann dieses Programm was da aufgeschlagen wird nicht mehr mitmachen weil ich da noch zusätzlich von der Gruppe übermotiviert werde weil die Ziele die da gesteckt werden viel zu hoch sind und durch diese extreme Gruppenmotivation fühle ich mich immer so schlecht weil alle anderen erzählen wie gut sie sind weil alle anderen stehen auf der Plattform und sagen hey ich hab das gemacht das gemacht das gemacht und im Grunde genommen weiß jeder dass keiner aber nicht einer auf einer Bühne vorne steht und sagt was nicht geklappt hat was nicht funktioniert hat nein es will niemand hören sondern es sind nur Leute die sagen ich hab das gemacht das gemacht und jeder möchte im schönsten Licht dastehen und du kommst dir dann vor mit ein kleines Licht das ist keine gute Idee das führt genau zu dem was ich gerade gesagt habe zu Zwangshandlung und Zwangsoptimierung die braucht kein Mensch denn es ist nämlich genau das was ein Coach mit einer vollständigen Ausbildung niemals machen darf er darf seine Coaches seine Kunden nicht überlasten weder auf körperlicher noch auf mentaler Seite so jetzt bist du dran ich freue mich dich kennenzulernen bis dahin mach alles gut hab ganz viel Spaß bei was du tust und vor allem maximale Gesundheit bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin